habe ich auch so ein paar videos nachts mir angeschaut zum thema muffy feucht dreckig einfach nur ekelhaft aber ich liebe es diesen lappen versteiger ich auf ebay der hat das quietschen verhindert bei nächtlichen bettaktivitäten wenn ihr versteht was ich meine nichts ohne meinen anwalt sagen 3600 oha genau das heidler m4 ja 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 ganz genau 25 km h betuned auf 35 was geht ab bei euch ihr seht hier hinter uns einige kartons das bedeutet wir sind im aufbruch nicht nur im aufbruch sondern im umbruch würde ich fast schon sagen weil sie hier irgendwie immer dicker wird und wir brauchen platz wir brauchen auf jeden fall platz karten das machen wir heute alles wir machen so ziemlich alles was keinen spaß macht aber bestimmt lustig werden könnte und das bett ab wir müssen einen riesigen schrank runter auf die straße schleppen wir müssen diese kartons wegbringen wir müssen einen keller ausräumen und das ist nicht nur irgendein keller sondern so ein richtiger keller keller wie man sich den gruseligsten keller und den spinnigsten keller überhaupt nur vorstellen kann feucht dreckig einfach nur ekelhaft aber ich liebe es genau das sind sachen die wir machen hinter uns seht ihr alles klamotten meine frage an euch ist seid ihr jemand oder seid ihr leute die eher sachen horten also klamotten horten oder seid ihr auch dann ab und zu so wie wir drauf dass ihr einfach sachen komplett aus müsstet schreibt mal in die kommentare genau auf jeden fall weil in letzter zeit habe ich auch so ein paar videos nachts mir angeschaut zum thema nachts nachts naht ist aber nicht das was ihr denkt sondern videos zum thema minimalismus und minimalismus sagt ja dass man so wenig sachen wie möglich hat und auch irgendwie klar kommt auf sein leben und ich fand das super interessant diesen gedanken klar werde ich das glaube ich jetzt nicht genauso eins zu eins durchführen aber ich finde es irgendwie Mal komplett alle Sachen, die man in den letzten drei bis vier Wochen nie benutzt hat, einfach mal wegzupacken. Hinter uns stehen jetzt acht, neun Kisten, komplett voll mit Klamotten beispielsweise. Die werden nach Hamburg geschickt zur Family. Dort habe ich Family, die auch etwas in meiner Größe ist und auch in deiner Größe, da kriegen wir auch noch was hin. Bett abbauen freue ich mich richtig. Ich liebe ja so kleinen Krams. Das ist so ganz toll. Da kommt richtig Freude auf. Da kommt richtig Freude bei mir auf. Er konnte schon die letzten drei Tage nicht mehr schlafen, weil er so aufgeregt war. Voller Vorfreude. Das ist so schön, so kleinen Krams einfach. Es wird ein richtig toller Tag heute. Genau, auf jeden Fall. Wir nehmen euch mit, also seid gespannt was noch kommt. Peace! Okay, sie will also noch eine Nacht in diesem Bett. Kein Problem, das kann man herzlich gerne machen. Also in diesem Bett haben wir ein Baby gemacht. Beziehungsweise ich habe ein Baby gemacht. Sie war dabei. Aber... Und es war vor allen Dingen hier in diesem Bett. Also diesem Bett müssen wir echt dankbar sein. Es hat richtig viele coole Nächte bereitet, oder? Schlaflose sowie richtige Schlafhaltige. Auf jeden Fall. Vor allem ist das so richtig mega gemütlich. Ich hoffe, das nächste Bett kann da mithalten. Ja. Aber uns war das jetzt einfach ein bisschen zu klein, wenn wir hier bald zu dritt drin schlafen. Und das nächste ist ein richtig fettes Bett. Zwei Meter mal? Zwei, zwanzig. Genau. Mit Schlafen macht man keinen Spaß. Ihr verbringt sechs bis acht Stunden im Bett. Manche mehr, manche weniger. Und ich glaube, beim Bett sollte man echt nicht sparen. Also gerade was so Gemütlichkeit betrifft und Entspanntheit und Ruhe und so weiter und so fort. An alle, die gerne schlafen, kommentiert mal mit Schlafen ist King in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele wir zusammen bekommen und wie viele Leute den Schlaf genauso lieben wie wir zwei. Ja, genau. Das nächste Bett ist ein Boxspringbett, ne? Genau. Und nach vier Wochen auf dem Boden schlafen auf der Matratze wird, glaube ich, alles cool sein. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Das kann tatsächlich gut sein. Wobei, wie ich eingangs schon erwähnte, damals im Krieg habe ich ja auch schon auf dem Asphalt gegangen. Das entsichst du immer. Also, ja, jetzt geht's zum Abbau. Alles kommt weg, also der ganze Korpus so gesehen. Und ja, kann man schauen, oder? Yes. Viel Spaß. So Leute, jetzt mal Realtalk. Diesen Lappen versteigere ich auf Ebay. Der hat das Quietschen verhindert bei nächtlichen Bettaktivitäten, wenn ihr versteht, was ich meine. Nice. Ähm, schreibt mal eure Angebote in die Kommentare. Ich bin gespannt. Okay Leute, wir tragen jetzt einen Schrank runter und bevor hier die Leute ausrasten, weil Kathi ja schwanger ist und sie keinen Schrank haben, die man tragen darf. So was gibt's bei uns nicht. Bei uns wird hart gearbeitet. Das ist hier kein Urlaub. Zuckerschlecken. Kein Zuckerschlecken. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübscher. Spaß beise, das ist ein ganz leichter Schrank. Das geht auf jeden Fall klar für Kathi. Ich werde unten tragen. Normalerweise ist das auch so ein Ding. Das könnte man komplett alleine tragen, aber hier ist kein Freiraum. Und außerdem habe ich keinen Bock das alleine zu tragen. So ist das. Das ist richtig creepy einfach. Ja, macht bester Keller. Nein, so richtige Verliese sind hier. Bester Keller. Hier habe ich ein paar TikToker eingesperrt. Auf jeden Fall. Ein paar TikToker, die frech waren, habe ich hier eingesperrt. Ihr wisst ja, Onkel ist immer Good Vibes Only. Aber eigentlich sollte ich auch nichts ohne meinen Anwalt sagen. Guckt euch das mal an. So sieht der Keller aus gerade. Also absolut voll gemüllt, voll gespammt, wie einige Kommentare. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt ordentlich Action machen und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier alles raus scheppern. Was ist das? Das ist Kunst. Wir googeln jetzt gemeinsam. Pass auf, was wir jetzt machen ist, wir googeln jetzt gemeinsam, was die Dinger kosten. So, was steht hier? 3600. Oha, genau das. Salt. Dann haben wir das. Wahnsinn. Hier. Also nochmal. Wir haben ein Poster. Hol mal ganz kurz das. Das ist Toni Cola. Also, dieses habe ich. Hier. Toni Cola. Guckt euch das genau an. Das haben wir. Wir sind reich. 3600 Dollar. 1935. Ich glaub das nicht so laut. Die können das hier alle im Haus. Und die wollte einfach Bilder verschenken. Ich glaube, es hackt. Also, wir bewahren die Sachen auf und gehen damit irgendwann zum Antiquitätenhändler meiner Meinung. Okay Leute, das kennt nur Kids der 90er. Collector Cap Album. BAMS. Verschiedene Fußballvereine. Hier. Silberne mit Fußballverein. Bayer 04 Leverkusen. S04 HSV. Crazy alter. Goldene sogar. Gebt euch mal die. In bestem Zustand. Die wurden einfach immer nur gesammelt. Crazy. Gebt euch das. Angebote in die Kommentare. Wer kennt das? Caps. Wer hat Caps? Boah, die sehen nicht nice aus. Die sehen nice aus. Leute, das erste Deutschrap Album, was ich mir tatsächlich mal gekauft habe, war. Hatar Baba Alababas. Als er mit seinem Video kam. Warum traut sich kein Rap hat denn bereits zu wissen? Original Karchach. Leute wissen. Auf jeden Fall, dieser Original Karchach hatte damals in seiner Box einen Goldzahn versteckt. Seht ihr das hier? Genau. Und deswegen. Hier. Man sieht. Er ist in Haps gegangen. 1. 2. 2010 bis zum 5. 12. 2014. Und dann kam er mit diesem Track raus. Original Karchach. Leute wissen. Und so. Seitdem dachte ich mir. Alter. Beste Aktion von einem Deutschrapper. Muss ich mir kaufen. Angeblich 24 Karat. Hatar, ich lasse das prüfen. Safe. Irgendwas vergoldetes soll das sein. Ist der. Ich zeige euch jetzt einmal meinen Mofa. Meine beste Errungenschaft. 250 Euro. Wert. Das Zehnfache. Kreidler MR4. Der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Kommt näher ran. Die sehen doch nichts. Chrom. Chromtank. Ja, ja, ja. Ganz genau. 25 kmh. Getunt auf 35. Okay. Illegal. Ja, Mann. Ich bin sehr stolz darauf. Im Sommer werdet ihr mich da hin und wieder durch Hamburg, Köln oder Berlin fahren sehen. Also haltet ausschauend nach eurem Black Beauty Rider. Einmal tief durchatmen. Ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Das sieht doch wieder halbwegs normal aus. Das ist die Gemüselasagne von gestern. Die ist so gar nicht mehr gemüselike aus. Lasagne-like. Sprachen lernen. Das sieht Garnelen in einer Chili-Knobi-Öl-Soße. Wahnsinn. Spinat. Alles schön Keto. Und für mich, nicht Keto, Rusketta. Rusketta. Ah, die ist Brot. Abartig, ne? Richtig abartig. Sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Essen jetzt. Ritual. Guten Appetit. Das ist dir schmecken. Yes. Das wäre richtig gut. Karmesan. Natürlich. All over. All over. Bis auf die Schrips. Wir haben ja die Überlegung mal ein Kochbuch zu machen. Was haltet ihr davon mal ein Kochbuch zu machen mit regelmäßigen oder so einer Art Koch-Abo mit regelmäßig geilen Rezepten. Auch so richtig so wilden Kram. So irgendwie Brownies mit Karamell-Schoko-Brownies oder so. Oh mein Gott. Ja. Solche Sachen. Wenn man mal nicht in der ketogenen Phase ist. Aber prinzipiell finde ich das eine coole Idee. Ja. Und auch Keto-Rezepte sind ja ganz gut. Kathi, wir müssen noch ein Outro drehen. Wir müssen noch ein Outro drehen. Tod. Noch ein Outro. Tod, Tod. Okay. Auf jeden Fall. Also, wir sind fertig. Fix und fertig mit Tabula Rasa. Was haben wir gemacht, Kathi, heute alles? Alles ausgemistet. Alles auf links gedreht. Alles sauber gemacht. Alles einfach Luft geschaffen. Ja, Luft. Also wirklich. Wir sind gerade ins Schlafzimmer gekommen. Hier in der Ecke hing manchmal so ein dunkler Schrank. Den haben wir jetzt runtergepackt. Das ganze Bett haben wir runtergepackt. Weil es kommt bald ein neues. Also richtig, richtig viel gemacht. Wir waren gerade noch bei deiner Mama. Oh ja. Haben Stühle weggebracht. Und so eine komische Vitrine. Da waren wir auch noch mal drei Stunden unterwegs. Wir haben jetzt, wie spät haben wir denn? Zwölf schon? Das ist glaube ich schon zwölf Uhr, ne? Und ja, also unfassbar, unfassbar. Aber auf jeden Fall hat das Baby jetzt Platz, würde ich sagen. Auf jeden Fall. In meinem Bauch immer noch auch. Ja? Und hier in der Wohnung auf jeden Fall. Sehr geil. Sehr geil. Also meine Lieben. An alle, die die Glocke noch nicht aktiviert haben. Macht das mal auf jeden Fall. Dann bekommt ihr nämlich immer die neuesten Videos direkt per Notification. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und gebt uns gerne eure Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Oder schreibt uns von mir aus auf Insta auch einfach eine Nachricht. Shootet uns eine DM. Und dann werden wir safe einige Vorschläge mal mit in die Videos aufnehmen. Wir wollten auch mal so ein Q&A machen und so, ne? Ja. Mit den Kommentaren und Nachrichten, die wir so bekommen. Ja. Das ist glaube ich auch super interessant für euch. Und interessiert auch uns, welche Fragen ihr habt. Deswegen stellt sie. Und natürlich immer nicht vergessen, Daumen nach oben, please. Genau. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Ai Ai Family. Aber doch noch mal. Jetzt muss ich... Wo sieht das denn aus, hey? Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.